Shinoda Kuchako 50 cm weiblich, frischer Nisai. Sehr gut und auch sehr groß für sein Alter. Shinoda macht mittlerweile sehr guter Kuchako. Der geht in die rötliche Variante rein, also das Benni wird noch deutlich besser. Geschlecht kann man nicht sagen, hundertprozentig. Es ist kein Samen gekommen. Also momentan kann das auch ein Weib sein. Wir müssen einfach abwarten, wie sich die jetzt weiterentwickeln. Auch vom Füttern her, kriegen die jetzt erst mal öfters Futter am Tag. Also die sind ja noch nicht so lange da. Die sind aus der Quarantäne seit vier Wochen. Jetzt werden sie dann langsam auf das Futter gesetzt und dann sieht man auch mehr mit der Zeit. Ich bin einiger. Ich bin einiger. Ich bin einiger.